Dr. Baumann Dr. Baumann Dr. Enrikes Guten Tag Guten Tag Herr Enrikes Hier ist Jonathan Fernandes Könnte ich bitte einen Termin bei Herr Dr. Baumann haben? Ja, natürlich Wann haben Sie Zeit? Ich habe heute oder morgen Zeit Heute und morgen geht es leider nicht Aber nächste Woche an Mittwoch um 10 Uhr ist ein Termin frei Erst nächste Woche kann ich nicht früher kommen Es ist dringend Nein, das geht nicht Na gut, kommen Sie am Freitag um 16 Uhr Vielen Dank Herr Enrikes Das ist sehr nett Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Herr Fernandes Guten Tag Herr Fernandes Guten Tag Herr Baumann Was tut weh? Ich habe Bauschschmerzen und Durchfall Ah ja, Sie sollen diese Medizin nehmen vor vier Tage Wie kostet die Medizin? Sie ist 10 Euro vor ein Packung Wow, es ist nicht so teuer Danke Herr Fernandes, gute Besehung Vielen Dank Vielen Dank Dr. Baumann Vielen Dank 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 Vielen Dank